Herzlich willkommen auf der Seite von Blue Eye Pictures. Schön, dass ihr da seid. Und zwar wollen wir euch einfach unser aktuelles Projekt kurz vorstellen bzw. näher bringen. Und zwar geht es dabei um eine Filmproduktion zum Thema Sternenkinder. Oder Sternenkinder, manche kennen es vielleicht, manche noch nicht. Sternkinder sind im Prinzip Frühchen, die es leider nicht geschafft haben, auf unsere Welt zu kommen. Das heißt, die entweder während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Und wir haben von einer Organisation mitbekommen, von Wolkennadel, und fanden das so toll, was sie eben machen. Das heißt, die Schneidern produzieren maßgeschneiderte Sachen für diese Frühchen, damit eben auch diese Sternenkinder, oder Sternchen genannt, in Würde beerdigt werden können. Genau, dazu drehen wir den Film einfach, um das Thema den Menschen näher zu bringen, um auch betroffenen Eltern einfach zu zeigen, dass es da die Möglichkeit der Hilfe gibt. Und wir freuen uns natürlich auch, dass es schon so viele gibt, die dieses Projekt mit uns unterstützen. Beziehungsweise dieses Thema einfach unterstützen. Wie zum Beispiel, wir freuen uns, dass wir Martin Stock dabei haben als Komponisten, der zum Film eben die passende Musik dazu machen wird. Und natürlich auch viele andere Unternehmen aus Dresden, aber eben auch aus ganz Deutschland. Wir hoffen natürlich, dass auch ihr dabei sein werdet, dieses Thema zu unterstützen, einfach indem ihr den Film, den fertigen Film, helft zu verbreiten, damit so viele Menschen wie möglich dieses Thema einfach ans Herz gelegt bekommen. Alles klar, das war's schon. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis später. Tschüss. 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 Tschüss.